heute reagieren wir mal auf batterie verschaltung von zombie prevention und christian die blubber theorie ich bin da schon mal drauf eingegangen aber scheinbar gibt es da hier ein paar spezialisten die das immer noch nicht so richtig auf dem schirm haben und ich habe dann kommentar geschrieben was das vermisst ist und so blablabla antwort von einem zuschauer von ihm glaubst du den scheiß den du hier wieder gibst die glauben den müll und wenn sie dann darauf hingewiesen werden sagen sie ja dass ich eben scheiße erzähle okay keine ahnung ich hatte mir gedacht dass wir nicht alles jetzt angucken die blubber theorie ich habe hier immer noch ein thema genau das gucken wir uns jetzt an hier geht es darum dass die batterien ihr seht die sind hier einfach so parallel verschalten wie wir das dann auch im video von zombie prevention sehen und dann zeige ich euch martin fehler gehen wir mal rein hallo und herzlich willkommen nicht im hobbykeller sondern hier in meinem büro ich bin der bob und willkommen zu diesem video in dem ich euch zeigen möchte wie ihr wenn ihr eine insel solaranlage also sprich eine solaranlage die nicht im netz verbunden ist sondern ihr wollte einfach eine eigene solaranlage bauen wie ihr die batterien verschalten könnt was es da für techniken gibt da gibt es leider immer wieder ein paar problemchen deswegen habe ich wieder meine excel listen bemüht um euch das ein bisschen zu zeigen und wenn du mal verstehen dass das ein problem du bist danach gibt es mit sicherheit zu den batterien gar keine probleme mehr allerdings da gibt es definitiv noch probleme weil wenn das so anklemmen dann verrecken euch die batterien bei zeiten ist es auch wichtig ich haue mich jetzt mal hier ein bisschen in die ecke dass ihr die ganze reihe anschaut sonst geht es nicht denn dieses video geht darum wie man die batterien zusammenschaltet damit der speicher möglichst groß ist also sagen wir mal ihr habt eine berghütte ja und wenn ihr eine berghütte seite müssen die batterien voll sein ihr wollt jetzt projekt xy damit machen also es muss mindestens eine halbe stunde gekocht werden dies und jenes wie groß musste die batterie speicher sein oder wie wie schalte ich denn die batterien zusammen so das ist jetzt dieses ding von dem video aber das mit den batterien hat nichts damit zu tun wie jetzt die pv module miteinander verschalten werden das heißt da haben wir schon den ersten fehler was er halt selber nicht merkt natürlich ist der widerstand bei einer pv anlage auch wichtig ihr könnt ja nicht irgendwelche kleinen drähtchen nehmen oder die kabellängen extrem unterscheiden ist auf jeden fall nicht von vorteil das macht jetzt nicht so viel wie bei bei den batterien aber dennoch macht das was psu mai das ist eine ganze serie die jetzt hier ist mindestens mal noch zwei weitere videos aber bitte nicht bitte nicht wenn du sie schon gemacht hast löschen bitte einmal wie man pv module zusammenschaltet dann ist einer da kommen ja da haben wir schon das nächste reaction video ich glaube das wird auch nicht geschütten kriegen aber nichts zu tun und dann im dritten video mindestens mal ein konkretes rechenbeispiel also es lohnt sich da auf jeden fall dran zu bleiben und wenn es ist bitte ich schreib mir nicht rein aber wie ist denn das mit den wenn ihr nicht alle videos dieser reihe gesehen habt machen fragen hat auch keinen sinn das ist dann müsste ich euch wirklich bitten dass ihr dann wirklich alle videos angeschaut habt sonst ist es quatsch so ich benutze jetzt bin ich da wieder im weg ich habe mich mal ach so das ist ja auch so lithium eisens was fahrt werbe klaus oder ist das jetzt wieder produkt placement oder nicht da wird es einfach nicht mehr gekennzeichnet hier geht es zum shop von solatronix die geräte sind echt gut und ach so warte mal mal schnell ein adblocker aus ich glaube dann sehe ich das nicht ins so laden wir mal neu ohne adblocker und nein solaranlagen wie viel kW boiler wasser kann ich noch warm machen ohne fotovoltaik alles klar enthält bezahlte werbung das sind meine lieblings youtuber die ganz sachlich und so also es ist jetzt theoretisch ist es jetzt wieder hier eine werbeanstaltung verliebt zum akkus die wo dann noch falsch erklärt wird wie du bist du kannst du gar nicht ausdenken ja lieber boll guck mal meine videos liebt zum eisenphosphat zerstörung da kann ich ich kann deine fragen jetzt auch nicht beantworten muss erst mal die reihe angucken vielleicht verstehst du es dann quatsch so ich benutze jetzt bin ich da wieder im weg ich habe mich mal kurz ein bisschen nach da unten ich benutze hier bilder von einer lithium-heisenphosphat batterie ja das hätte ich jetzt ich jetzt gar nicht gemerkt bob für den hinweis akustisch bildlich und noch mal schriftlich ihr wisst ich bin da von liedheim ein bisschen unterstützt worden und bereue es auch bis heute nicht also supergeräte ich benutze die teile auch nach wie vor das ganze geht aber auch für bleibatterien also speziell jetzt in dieser zeit wenn einer sagt ich habe das geld nicht so flüssig ich möchte aber gern wirklich ein bisschen vorsorge betreiben und er möchte ich muss gleich lachen leute ja live bevor 12,8 blei 12 volt ne also du nimmst die spannung wenn die leer sind bei 12 volt ok bei bleibatterien nimmt man natürlich dass wenn es leer ist und bei lithium-heisenphosphat wenn es voll ist dann sieht es natürlich schöner aus aber eine volle blei hat 12,8 und der agm 13 über 13 ist sinnlos jetzt kann man mit 1,2 bleibatterien anfangen bitte ja das nur weil da jetzt in lithium und blitz und lead time da geht auch ein anderer hersteller das eine hat mit dem anderen nichts zu tun ich will es nur kurz mal sagen dass das tatsächlich so ist in den rechenbeispielen haben wir eben lithium eisenphosphat batterie also die 4 zu 12,8 volt als rechnung beispiel liegt dabei jetzt daran dass sie dich gesponsert haben nein ich bin doch nur neidisch alles klar und bleibatterien so 12 volt das sind so die richtwerte das ist bei lithium eisenphosphat ein bisschen höher also ein bisschen höher 12 8 wie gesagt ne bleibatterie warte mal ach so mir glaubt er ja nicht ihm wird ja alles ja mir glaubt das ja nicht also nehmen wir doch mal startpage batterie ruhespannung eine minute 12 7 wie gerade falsch normal auch hier haben sie mal 13 2 also ey was ist da los mensch da ist eine bleibatterie besser was sagst du klar noch mal den also die 4 4 zu 12,8 volt und bleibatterien so 12 volt das sind so die richtwerte das ist bei lithium eisenphosphat ein bisschen höher falsch wenn ich die lade dinge von agm zum beispiel nehmen du hast ja hier agm mit reingenommen das sind das über 13 volt aber das wehst du ja leider nicht ne das ist so lustig ne guck mal wenn sie nicht mal die lade abschluss spannung von blei wissen die lithium eisenphosphat freunde ja das klar die haben ihre batterien immer nur halb voll geladen und dann voll entladen und gesagt blei ist scheiße der garne lasst euch davon aber nicht abschrecken also bei bleibasierten batterien habe ich jetzt alles hier bleisäure gel agm wie ich das jetzt hier in dem ja ist alles dasselbe ne ist ja alles schrott ne ist ja nicht dass die unterschiedliche eigenschaften spannungen und alles egal ist alles dasselbe müll mach es doch bei lithium also du alle lithium akkus die es gibt in eine tabelle hauen so grob ne die sind leer so bei 11 volt oder 12 volt und voll bei 12,8 geladen werden die bis 14,5 gibt es auch wieder eigene videos dazu also also erwäß es und tut hier eine leere batterie hier wird mit leeren batterien gerechnet was ich euch ja schon mal gesagt habe dass das das kann wahr sein also das ist halt wahr aber nur dass ihr bescheid wisst das das geht auf alles ja bitte beachtet die herstellerangaben nur weil ich jetzt gewisse schaltungen da zeige heißt das nicht dass das eure batterie dann auch kann alle schaltungen das hat nichts mit dem hersteller zu tun oder sonstigen das ist für sick bob parallel und reinschaltung einer hatte unten einen kommentar geschrieben wenn man nicht mal wissen unterschied zwischen parallel und reinschaltung sollte man es lieber lassen bei lithium zum beispiel ist ein kleiner tipp dann zeig was du machst und blablabla wenn du davon keine ahnung hast du das nicht verstehst da geht auch nicht drauf ein dann mach ein paar schöne videos ne du bisschen schön mit licht und so mach richtig werbung für die dinger und nimmst nicht den müll hier das ist so man kann zwei batterien in reihe schalten und dann hat man also aus nur 12,8 volt batterie eine 25,6 volt batterie gemacht aber drei geht nicht auch wenn ich das beispiel zeige da braucht man dann anderen hersteller das ist wichtig aber da schaut einfach das datenblatt punkt 4 ganz das sind die lithium eisenswert haben sie jetzt so gemacht dass du die nicht mehr parallel und nicht in reihe schalten auch nur eine oder was sind das schon wieder von dünnschiss also bei bleibatterien bei lto lithium-ion kannst du viel in reihe schalten wie du lustig bist dass dann parallel alles du kannst alles machen wie du lustig bist allwieder sieht man größte dreck wusste ich das wusste ich aber jetzt auch nicht danke bock für die info wieder ein punkt mehr das ist einfach nur scam und schrott ist wichtig verschaltungen können per kabel oder besser per sammelschiene gemacht werden sammelschiene heißt man mit möglichst dicken zeug kann man auch so eine kupferstange nehmen oder gibt es eine mögliche dass man richtig zwischen den batterien richtig viel material hat richtig viel damit da die batterie möglichst einfach ihren strom weitergeben können das wort was du suchst nennt man widerstand dicke kabel hochspannungsmasten richtige oschis die dahin damit eben der strom möglichst verlustfrei weitergegeben wird so haben wir noch eine intro karte jetzt noch mal ganz speziell der hinweis ich mache mir jetzt mal ganz klein in die ecke die verschaltung von batterien hat nichts und ich wiederhole nichts mit der verschaltung von pv modulen zu tun deswegen hier das bild der der zwischen den pv modulen und der batterie also bei seiner welt gibt es nur reinschaltung sitzt der laderegler wie eine spinne im netz und die pv module erklärt er das hier verspast ist oder was eine spinne im netz oder atlas und das für deine kinder später mal oder so dann ist ja okay aber der durchschnitt ist wahrscheinlich so ein bisschen spastisch sie haben eine andere spannung immer höher wie das batterie system das heißt ihr könnt 150 volt bei den pv panels in dem da irgendwelche pv panels schaltet die zusammen zack 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 und habt da 150 volt weil er braucht mega viel spannung das ist hier oben das sind die pv module weil ihr kabelwege bis zum system überbrücken müsst zum beispiel so dann kommt der laderegler das kleine komische graue ding da und unten kommt der batterieblock der batterieblock hat vielleicht nur 12 volt oder 24 volt das hat erst mal nichts miteinander zu tun deswegen ganz wichtig schaut euch die anderen bilder an so jetzt stehe ich mich da wieder hin schauen ob das passt und dann steigen wir auch schon mal ein denn so lieber im text ist es nicht 12 volt also eine 12 volt batterie hinstellen brauchen jetzt nicht reden ich stelle euch eine 12 volt batterie hin herzlichen glückwunsch guck mal ich kann mich auch noch ein bisschen größer machen zwei batterien ist ganz klar wir haben diese wir haben also hier diesen roten niffy und wir führen ein kabel für dem anderen roten niffy sagen wir mal das sind 100 amperestunden batterie die dir was sehen dann haben dann ist das ein 12 volt system rot an rot und schwarz an schwarz und schwarz und es bleibt ein 12 volt system wenn es eine 100 amperestunden batterie ist jetzt kommt hinterher eine 12 volt batterie eine ein block verlängert mit 200 amperestunden das ganze hätte dann bei 100 amperestunden 1,2 kw theoretisch also wenn man alles raus lutschen würde und hinterher 2,4 kw so aber lasst euch da nicht täuschen eine 24 volt batterie hat denselben inhalt ich erkläre es dann gleich noch mal aber es geht jetzt erst mal nur und das wäre gut bitte ob ob erklärt das machen lassen den ganzen politik um diese verschaltung hier so jetzt kommt eine dritte batterie dazu ja dann wieder rot an rot schwarz an schwarz rot an rot schwarz an schwarz falsch und wie wie so eine kette ja wie einer wie einer perlenkette wird das anderen da aufgereiht wenn ihr euch die ganz ersten videos aus 2017 von mir anschaut da hatte ich so ein system in der höchsten ausbaustufe mal mit acht batterien wo ist denn das system gibt es das noch gut funktioniert hat damals hier meins ist noch angeschlossener jetzt bin ich fast ein bisschen weit unten die vierte batterie ran und peng wie eine kette ganz einfach so dann ist die wichtigste frage ja aber wo wo klemm ich denn jetzt die die ganze sind das hier noch verbindungen hier ist gar nicht mehr geben den abnehmen also einmal den laderegler das sozusagen der strom in diesen batterieblock hineinfließt und einmal den entnehmer also den wechselrichter wenn man aus diesem 12 volt strom dann einen 230 volt steckdosen strom machen will und jetzt kommt das lustige leute das vermutlich ich bin mir jetzt nicht ganz sicher zu dem thema blubber batterie blubber theorie grüße noch mal an christian hatten wir ja damals schon einige videos und etc gemacht ich hatte dann auch noch mal eine zusammenfassung gemacht batterie verschaltung 2000 222 und ich denke dass ob das video gesehen hat da habe ich leider auch ein fehler gemacht der mir in den kommentaren und so danach hingewiesen wurde blieblablub und jetzt zeige ich euch was das problem macht man im prinzip rot an dem ersten plus pull und schwarz an dem leider falsch also es wäre jetzt auch falsch das wäre die also bob hat jetzt schon dieses tischeln mann was ich damals in dem video propagiert habe ich werde natürlich nicht erwähnen von bob warum ich darf ja nicht erwähnt werden und er hat das natürlich jemand anders näher selber wusste das schon immer bob hat das schon immer so gemacht und ja trotzdem falsch und zwar ist das dasselbe wie diese blubber theorie hier hat christian ja einfach ohne schiene gemacht und ihr seht ja hier plus minus klemme und jetzt eben dass das problem dass von hier also nach hier zu den punkten der batterie wo die hier angeklemmt ist ich weiß jetzt nicht ob die hier angeklemmt ist oder ich weiß es nicht wie er das hier gemacht hat sieht man ein bisschen schlecht dann haben wir ja ein widerstand sagen wir mal das ist schon eben million bis hierher und ein million bis hierher um noch weniger aber hier sind es dann schon zwei millionen oder 0,2 machen wir 0,2 millionen ich weiß nicht wie dick die schiene ist ne saumann und von der klemme bis hierher 0,2 und hier nochmal 0,2 das hier ist der akku kriegt einen höheren innenwiderstand als dieser akku das ist das problem bei dieser einfachen verschaltung wenn wir wenn ihr jetzt hier vorne abnehmen würdet bei der tischelmann verschaltung ist es das gleiche das problem ist dass wir unterschiedliche widerstände haben könnt ihr euch ja selber mal einmal ich präsentiere euch dann nach dem video beziehungsweise machen sie jetzt gleich hier die lösung und zwar wenn ihr module habt die parallel verschalten werden müsst ihr darauf achten also ihr macht euch einen Anschlusspunkt also keine schiene so wie wie das propagiert wird weil sonst kommt eben zu dem fehler ihr macht euch die kabel von eurem akku zu eurem Anschlusspunkt also wir sagen jetzt mal hier Anschlusspunkt 1 und Anschlusspunkt 2 also sicher plus und hier minus hier sind die akkus so dann müsst ihr diese kabellänge von jedem akku also von akku 1 2 und 3 müssen exakt gleich lang sein also es kann sein dass sie dann hier die in der 2 ich habe es hier als schlaufe so ein bisschen gemacht also die kabellängen zu diesem zentralpunkt sage ich mal müssen gleich sein keine schienen nehmen weil sonst habt ihr immer unterschiedliche widerstände und das war es im grunde genommen schon fünfte klasse mathematikphysik wird leider nicht angewendet habe ich euch ja schon gezeigt der parallel rein verschaltung beim solar ist das dann ungefähr dasselbe hier kann ich euch nur mein pv-manifest mal ans herz legen da sei da glaube ich besser beraten im grunde genommen war es das jetzt schon aber wir gucken es jetzt mal noch zu ende fernhalber oder letzten pluspol das ist so die die lesart wie es sozusagen dass das handbuch welches handbuch wo stehen das bin ich dein handbuch das ist ja das ist ja nett cool weil wir hatten ja damals auch geguckt wikipedia und so steht es ja nirgendwo und ja bin ich ein bob sein hand hand buch muss ich gar nicht das ist ein buch sagt also wenn ihr jetzt ein elektrotechniker fragt der wird euch das sagen so ist es richtig falsch oder nicht er wird euch das zu sagen wie ich euch das gezeigt habe durch das jetzt nicht groß machen doch einfach im zentralen sammelpunkt und dann habt ihr die probleme gar nicht weil dann der widerstand in allen batterien gleich ist so ja das problem wie gesagt ich hatte wartet mal ich suche mal das video so ich habe es gerade noch mal geguckt leider ist das video nicht mehr online von seit meinem heck das hat sich leider keiner gesichert das ist natürlich wieder blöd naja meine zuschauer wissen es der bob weiß es ja auch noch die grüße gehen raus an astra der hat mich damals auf ihn gewiesen und auch calvin das weiß ich auch noch für alle anderen die damals einen kommentar geschrieben haben ja tut mir leid dass das video weg ist schade aber ist halt so eigentlich können wir uns den rest jetzt sparen wir gehen mal weiter rein ich schiebe da seine kamera mal rüber ich bin ja immer so widerstand heißt verlust das weg ich bin ja immer so ich will das nicht das heißt ich würde bei diesem system an der ersten batterie sowohl plus als auch minus anschließen zum laderegler führen und dann an der letzten batterie auch noch mal dann ist es zwar nicht ganz gleich weil die beiden mittleren batterien nichts haben aber ich hätte dann eben diesen widerstand weiter noch reduziert richtig wenn du es aber richtig machst so wie es im physikbuch steht und nicht dann nimmst du einfach punkte wo du abnimmst und wo alle kabel längen einfach gleich sind weil einfach viel viel mehr kupfer viel viel mehr verbindung da ist ja und ich sag mir so ja wie widerstand in allen batterien schön gut ich will ja keinen ich werde den strom maximal nutzen deswegen würde ich das dazu machen also aber das so sagt dass das lehrbuch so ist manchmal ein bisschen kleiner also perlenkette macht sich so lange wie ihr wollt aber ich würde dann halt sagen wir mal immer schlimmer umso länger er das macht umso problematischer wird es dann macht das also nicht fünf batterien an eins drei und fünf was an klemmen und alles zusammen zum laderegler also braucht dann drei verbindungen weil er nicht diesen stechstern punkt oder verbindungspunkt nimmt und damit auch wieder sicher wieder den widerstand weil er eben schraubverbindungen oder was auch immer einbringt und damit ist eben wieder schlechter macht bei acht eben an das muss ich überlegen 13135 sieben da werden neun batterien fast besser immer jede zweite irgendwie so 24 volt bei 24 volt schaltungen ist das so man braucht zwei batterien es sei denn man hat jetzt schon eine batterie die 24 volt schon grundsätzlich verschalten ist das gibt es auch speziell bei lithium eisenphosphat ansonsten ist es bei 24 das gibt es speziell bei lithium eisenphosphat gabelstapler batterien nach spannung 24 36 48 80 volt ich wollte so dass man hier an dem gibt es ja nur bei lithium eisenphosphat das produkt blazes minus von der einen batterienkabel nimmt und das zum plus an der anderen batterie führt jetzt müsst ihr euch das überlegen dass dieses konstrukt hier oben jetzt sozusagen eine verlängerte oder eine vergrößerte batterie darstellt 100 ampere 100 ampere jetzt ist das eine 100 ampere stunden batterie bei 24 volt ja aber habe ich da nicht ist ja nur 100 ampere bei 12 20 200 ampere naja wir müssen jetzt 100 ampere mal 24 volt rechnen oder bei lithium eisenphosphat ein los aufpassen los genau zu hören per 25,6 aber es ist bille palle 100 mal 24 ist wieder 2,4 bei dem anderen war es auch 2,4 also hier nur dass ich da 12 volt bei 200 ampere hatte und hier habe ich eben 12 volt bei 24 volt und 100 ampere aber jetzt bei 24 volt ist ein bisschen tricky wie mache ich denn jetzt da ein batterieblock draus ganz einfach du hast noch den pool frei und den pool frei ganz schön tricky ich brauche mindestens noch mal zwei batterien und muss wieder hier von oben nach unten guckt habe ich die striche vergessen wieder hier verbinden also jetzt in dem fall brauche ich wieder zwei batterien die eine vergrößerte batterie darstellen im team und jetzt verbinde ich wieder hier oben rot mit dem unteren wie wäre es denn wenn du den akku dementsprechend kaufst die kapazität so wie du ihn brauchst dann brauchst du nicht 15 preis batterien parallel scheiden ist gut wenn du das natürlich jetzt mit den gesponserten dinger machen willst ist klar würde ich auch machen an einer stelle wenn es nicht kostet wenn ihr agm hat oder so 100 ampere schon nur solchen käse da ok da aber recht bloß dann bellen soll hier nicht vergessen ganz wichtig so macht euch die batterie wieder kaputt in den seinem fall ist ja ein sind ja besser drinnen in den lithium-eisenswert dingern aber ja da kommt später mal ein video warum ihr das bei so vielen youtuber seht dass die kw aufgestockt werden die amperestunden und die wechselrichter dann und hier sehen das ja auch das eben jetzt hier verdoppelt werden muss und da kommt demnächst auch noch ein video da können wir schon mal gespannt sein was ich noch nie jemand gesagt rot da guckt habe ich es gemacht doch aufgepasst genau ich glaube die videos sind für kinder kann das sein bob bob haut es mal rein oder erinnern von seinen zuschauern ein paar werden es ja doch sehen macht er die videos für seine kinder kann das sein weil dann würde ich dieses selbst wenn du es für deine kinder machst was ist das so eine scheiße der mal doch hier eine ordentliche verbindung hinter dass man hier verstecken hier hast du doch auch halbwegs ordentlich gemacht einfach ein strich hier gelben mein wegen dass man den kontrast hat und hier schwarz und rot wenn du musst einfach vielleicht besser sehen was das hier vom feil ist überhaupt nicht verbunden also wenn du es für kinder machst dann mach es doch ein bisschen besser das heißt hier ist die verschaltung ein bisschen komplizierter aber es ist ganz simpel wenn ihr euch überlegt dass ihr einfach nur eine sache bedenkt diese beiden batterien bilden ein team die dürfte nicht einzeln denken die müsst ihr als team denken und dann ist es einfach nichts mit der verschaltung von pv deswegen hier das bild der der so dann ist die wichtigste frage team 1 team 2 fertig aus was anderes ist es nicht und dann geht es wieder genauso wie bei 12 voll es ist genau das gleiche und bei zwei so hochwertig wie bei mir das immer gemalt ist zum konstrukt jetzt hier wie würde ich denn jetzt wieder den den abnehmer anbauen wo kommt der da ran im prinzip wieder genauso an rot von der auch wieder falsch ihr müsst hier einen punkt machen und dann ein minuspunkt und da rangehen und nicht hier über kreuz tischelmann ja hat er also wahrscheinlich hat er es von mir egal ich habe es damals Bob habe es auch falsch erzählt aber dank meines videos hat mich jemand darauf hingewiesen und ja dann war leider der heck und ja irgendwie habe ich dann nur vergessen batterie an der ersten gedachten batterie sorry batterie also nicht nicht irgendwie hier sondern wirklich da da geht die batterie ja los die beiden hier gehören zusammen die existieren nicht mehr auch nicht hier irgendwie 12 volt spannend das geht nicht kann man nicht irgendwie also rot vorne am ersten batteriepaar schwarz am letzten so sagt das das lehrbuch ich würde genau wieder hier so vorgehen an dem roten hier vorn und an dem schwarzen hier hinten ab zum laderegler und beim letzten roten und beim letzten schwarzen auch wieder dann hätte ich wieder diese doppelte verkabelung das wäre wieder so mein doppelte kabel also doppelte schraubanschlüsse und ja der warte und dann wird gesagt ja ne du du action wenn du parallel schaltest brauchst du mehr kabel er brauchst doppelte doppelte schraubanschlüsse doppelten widerstand von den schraubverbindungen oder was auch immer macht und das ist dann naja bob aller jene ahnung erklär doch nicht sich misst ey das ist doch eins so das ist jetzt prinzip 12 24 volt es ist wirklich nicht so schwer aber es gibt und jetzt kommen die leute wieder so ja aber du hast die anderen fälle nicht erklärt die anderen fälle sind genau gleich genau gleich selbst prinzip und zwar jetzt bin ich zu groß wollen wieder klein 36 volt heißt einfach nur drei batterien hintereinander das ist ein team und 48 volt sind vier batterien hintereinander das ist ein richtig richtig langes team und wie würde ich dann verschalten naja 48 volt brauche ich jetzt mindestens wieder vier batterien fürs nächste team und dann nehme ich vorne die rote verbinde es unten mit der roten und hinten das letzte schwarze mit also wenn das video nicht für kinder ist dann ist es für clubbies dem letzten schwarzen also ich brauche da schon mindestens mal acht batterien für zwei so teams wenn ich dann eine wartung mache muss ich natürlich die gesamten vier batterien rausnehmen vielleicht kann ich einfach drei batterien das geht nicht das wäre das und dann ist es nämlich alles gar nicht so kompliziert es gibt und das ist der letzte hinweis es gibt von herstellern aber auch direkt 24 volt batterien und die 24 volt verschaltung ist in sehr 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 vielen fällen die sinnvollere nicht in allen aber in den meisten fällen ist sie die sinnvollere verschaltung dafür gibt es auch ein video wenn ich es nicht vergesst verlinke ich es euch unten das ist wo erklärt dass mit 24 volt ist p ist gleich u mal i besser als mit 12 weil man ja bei 12 dickere kabel braucht und dann klemmt er so an dass er zweimal zweimal kabel braucht beste leben der video beschreibung und dann haben wir hier tatsächlich eine effektivere batterie größer das system ist wenn es nur ein bisschen licht im camping wohnmobil oder so geht alter jetzt habe ich wieder hier draufgelegt ich habe jetzt hier wieder weg es gibt ich muss jetzt noch mal von herstellen aber auch direkt 24 volt batterie hat man gerade gibt es bei playo aber wird halt nicht erwähnt weil man ist ja lithium 1 gesponsert und die 24 volt verschaltung ist ins oder am wesen natürlich wahrscheinlich auch nicht sehr 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 vielen fällen die sinnvollere nicht in allen aber in den meisten fällen ist sie die sinnvollere verschaltung dafür gibt es auch ein video wenn ich es nicht was ist das sinnvoller dass du dann doppelt so viel kabel nimmst ich vergesse verlinke ich es euch unten in der video beschreibung und dann haben wir hier tatsächlich eine effektivere batterie also merke wenn du eine 12 volt batterie hast und du klemmst 2 12 also die hatten wirkungsgrad sagen mal von 100 prozent oder sagen mal 90 prozent irgendwas einfach mal eine hausnummer oder 2 nehmen wir jetzt mal 90 und du klemmst die auf 24 volt ist ja zwei mal 90 werden 180 aber du hast dann 340 da einfach mal da hast du over unity da kommt einfach mehr raus da ist ja klar pvp ist gleich umai stimmt ja nicht nein stimmt ne wobei einfach vorhin selber im video gesagt dass wenn man die so und so verschaltet bei vier und das trotzdem dasselbe rauskommt wie bei 12 volt ja wenn dasselbe rauskommt dann ist es doch exakt gleich p ist u mal i leistung ist gleich ampere mal spannung ich keine rolle größer das system ist wenn es nur ein bisschen licht im camping wohnmobil oder so geht da reicht 12 volt aus aber je größer das system gedacht wird eine richtige blockhütte versorgen dies das wird dann 24 volt schon also ich rede ja auch immer so mit euch wenn ich aufrechtig bin und mit euch rede da rede ich immer so mit euch das glaube das maß der dinge es war es doch dinge ja bsu mai stimmt halt nicht beim bob funktioniert das irgendwie anders da läuft das der ort klemmste vier ob das land auf 48 da ist noch noch mehr power oder wird es doch immer effektiver oder nicht da könnt ihr euch gerne hier auf dem kanal auch ein bisschen umsehen da werde ich das da habe ich das mit diversen videos auch belegt dass das so ist da jetzt war ich zu langsam macht er noch größer oder reicht so und ansonsten das wäre es jetzt eigentlich schon zur batterie verschaltung gewesen bitte guckt euch den müll nicht an dass er dann wieder bei mir diese hirnlosen kommentare schreibt oh ich habe ein bob video gesehen p ist gar nicht um das ist total simpel aber nutzt die grafiken schul zu den entsprechenden punkten zurück schaut euch das an das ist absolut kein hexenwerk das kriegt jeder hin auch wenn euch die leute immer wieder was anderes erzählen herzlichen dank fürs zuschauen ja ich hab's ja auch schon geschrieben mehrfach dass ich das wirklich schade finde also ich finde gut dass du irgendwo oft lernen und helfen willst und etc ich mache mich jetzt kurz mal groß aber also ich hatte dir das ja schon mal gesagt du reitest die leute in die scheiße ist wahrscheinlich wird das sage ich mal das resümü sein von diesen ganzen blödsinn von den meisten solar youtuber dass die leute eben nicht autark werden sondern weiter von netz abhängig bleiben irgendwelche limitern den ganzen blödsinn einbauen limitieren alles damit ihr eben nicht zur rande kommt keine ahnung bob wenn du das willst dann ja mach weiter so dann wirst du die andere halt was du siehst wenn du das nicht willst dann du doch mal ehrlich zu dir sein und ein bisschen reflektieren vielleicht mal ein tafelwerk fünfte klasse das problem ist du kannst die sachen wiedergeben ja du kennst du die begriffe ja aber du verstehst es nicht das ist der unterschied also ich mach dir mal ein kleines freundschaftsangebot weil du hast ja vielleicht mitgekriegt mit vielen youtube und beef oder oder die hassen mich halt oder scheißegal ja ich hab bei dir wir haben vor jahren schon mal kontakt gehabt wo eben der große biefer du warst einer der wenigen die sachlich geblieben sind die ja mich nicht einfach mit irgendwelchen blödsinn folge labert haben das rechne ich dir immer noch hoch an und bitte sie ist nicht als angriff ich will wirklich nur helfen ich biete dir hier an wenn du willst kann ich dir alle nägel ziehen alle document über pv parallel verschaltung batterien laderegler ladeverfahren was du willst ich habe zehn jahre weiter erfahren mein guter wenn du möchtest lass uns doch mal ich reiche dir die hand mein guter lass uns doch mal ja keine ahnung ein hangout machen oder video zusammen oder irgend sowas damit einfach auch deine zuschauer decker guck mal du hast 1000 oder ich weiß nicht wie viele das video gesehen haben spielt jetzt auch keine rolle wenn es zehn leute werden ich gucke jetzt nicht drauf spielt keine rolle darum geht es mir auch nicht wenn zehn leute das eben falsch wiedergeben oder bla die die video gesehen haben ich glaube nicht dass das deine intention ist du kannst mich eines besseren belehren dann kommst du auf meine hater liste und dann werden die videos ein bisschen schraffern nächster zeit wenn ich überhaupt noch welche macht keine ahnung aber ich bitte dich wirklich bob ich bitte dich für dich für deine kinder und für deine zuschauer weil irgendwann sehen ja deine kinder das auch mal und wenn papa das erklärt decker dann ist das das maß der dinge und dann kann jemand mit dem physikbuch oder was auch immer kommen das spielt dann keine rolle mehr ob du verbaust den leuten und zumindest mal wenn es für deine kinder die ganze zukunft und für die leute die eben die blind glauben nichts überprüfen und nicht verstehen die geben das dann halt immer so weiter und der nächste gibt das dann so weiter dann macht der lars noch ein video erklärt das so dann sehen das wieder und dann irgendwann reden alle nur noch wünsche ist ja und ich glaube wie gesagt nicht dass es deine intention ist das ist aber gewesen sein tschüss